Hallo Kinder, herzlich willkommen bei Karos und Bobos Geschichtsstunde. Heute haben wir wieder Geschichte. Heute sprechen wir über die Hanse. Hansapilz kenn ich. Damit mach ich immer Dosenstechen mit dem Praktikanten in der Tiefgarage. Man muss nur schauen, dass einem nicht der Schaum in die Nase steigt, sonst muss man göbeln. Ih, nee, die Hanse. Die Hanse war ein Zusammenschluss von Kaufleuten aus dem 13. Jahrhundert. Mit großer Macht. Und Hansapilz ist der klebrige Fleck auf deinem Vordersitz. Und zwar warst du in der Tiefgarage zu kalt zum Saufen und dein Auto war offen. Was? Mein Auto? Ist eh ne Scheißkarre. Ups, da kommt die Hanse. jornalisch, tot j experimental. Yen, weine grünen Sie kommen.